Ulrike Volkertz, Eva Meckbach, Maren Kreumann oder Jochen Schropp. Sie sind Teil von insgesamt 185 Unterzeichnenden, die mit der Initiative Hashtag Act Out einen Denkanstoß auslösen möchten. Ihre Absichtserklärung wurde am 5. Februar in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht. Hauptgründe für die Aktion sind die stark negativen Erfahrungen in der Branche. Auch Schauspieler Jochen Schropp kennt das Gerede. Der gebürtige Hesse hat sich vor knapp drei Jahren geoutet. Tatsächlich war es für mich als Schauspieler auch so, dass ich mal am Set gehört habe, als ich gesehen habe, wie du den Ball geworfen hast, da war mir klar, du bist schwul. Und ich kann einfach nicht mit Bällen umgehen. Ich kenne homosexuelle Männer, die können wahnsinnig gut mit Bällen umgehen. Ich kenne homosexuelle Frauen, die wahnsinnig gut mit Bällen umgehen können. Auch da dann wieder die Diskriminierung. Na klar, weil sie läschbisch sind, können sie natürlich Fußball spielen. Aber das ist natürlich Quatsch. Und das sind eben so Sätze, damit wird man stigmatisiert. Und dafür wollen wir natürlich auch sorgen, dass so etwas aufhört. Jochen Schropp ist inzwischen in der Branche etabliert. Aber der Schritt zum Outing war auch für ihn nicht leicht. Ich bin damals auch beraten worden. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich natürlich das damals schon in mir gehabt hätte, dann wäre mir die Beratung egal gewesen. Dann hätte ich es einfach gemacht, so wie jetzt eben auch. Aber ich habe jetzt einfach bei meinem letzten Outing sehr, sehr viel Unterstützung erfahren. Und das hat mir natürlich geholfen, auch nachts ruhig zu schlafen. Denn kurz bevor man sich outet, das müssen Sie sich vorstellen, das ist wahnsinnig aufregend, weil man natürlich nicht weiß, wie reagiert die Öffentlichkeit darauf. Und deswegen ist Unterstützung immer gut. Und ich finde, wer heutzutage seinen Schauspielern, seinen Schauspielerinnen noch rät, sich nicht zu outen, der hat was noch nicht verstanden. Die sexuelle Orientierung spielt im Filmgeschäft leider immer noch eine große Rolle. Egal ob bei uns in Europa oder der Traumfabrik Hollywood. Auch bei Megastars wie der lesbischen US-Schauspielerin Kristen Stewart, die vor wenigen Tagen noch in Kronberg für den Film Spencer vor der Kamera stand, reicht für die Boulevardpresse die sexuelle Orientierung als Thema. Doch die 30-Jährige macht gar kein Geheimnis daraus und spricht in der Howard Stern Talk Sendung offen über ihre Liebe zu einer Frau. Zurück zum deutschen Filmgeschäft und der Schauspielerin sowie Hörbuchsprecherin Eva Meckbach, geboren in Seeheim-Jugendheim. Ebenfalls geoutet und Mitinitiatorin von Act Out. Ich glaube, wir sind als liberale Gesellschaft immer wieder dazu aufgerufen, unsere Sinne zu schärfen für diese kleinen Missstände. Auch kleine Missstände im Alltag, wenn irgendwelche Witze gerissen werden, auf Kosten anderer, also ich liebe gute Witze. Aber wenn es einfach schlechte sind, ja, wenn es entwertende Witze sind, wenn Diskriminierung stattfindet, wirklich zuzuhören, auch im Kleinen und auch das Herz und den Geist einfach aufzumachen dafür. Wir wollen uns als Gesellschaft doch auch weiterentwickeln. Wir sind doch nie fertig. Wenn ich mir Frankfurt angucke, was für eine internationale Stadt. Wenn ich mir Berlin angucke, ganz genauso. Und auch in vielen kleinen Gemeinden ist nicht jeder immer weiß und heterosexuell. Also insofern finde ich, glaube ich, müssen die Rollen natürlich auch differenzierter geschrieben werden. Es muss diverser sein im Fernsehen. Und die Gesellschaft, die im Fernsehen abgebildet wird, die muss einfach vielschichtiger abgebildet werden. Wie sagte der ehemalige regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Robereit, vor 20 Jahren? Ich bin schwul und das ist auch gut so. Doch selbst zwei Jahrzehnte später ist es immer noch nötig, die Gesellschaft wachzurütteln, dass die sexuelle Orientierung keine Rolle mehr spielen sollte. Ja. Ja.